Die Märkte in einer Seitwärtsbewegung, das kann man zumindest mal glauben, wenn man sich den Dow Jones anguckt, denn der ist in den letzten Stunden zumindest mal, wenn man sich das hier mal anguckt, 18., 19. Februar nicht wirklich vorwärts gekommen. Wir sehen, er strauchelt hier noch an seiner Marke hier. Das ist alles so halbwegs seitwärts gerichtet. Aber ist nicht alles, was wir gesehen haben, denn wollen wir mal zuerst Gold angucken. Gold hat eine ganz tolle Geschichte hingelegt, ist nach oben gegangen. Anders als von uns erwartet, allerdings auch nicht wirklich mehr jetzt nach unten irgendwas getriggert. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir da noch mal ein bisschen tiefer kommen, um dann vielleicht noch mal eine Fortsetzung nach oben zu kriegen. Gut, das Leben ist kein Ponyhof, die Märkte auch nicht. Man kann sich alles wünschen, aber es geht nicht alles in Erfüllung. Trotz alledem, im Moment hängen wir noch so halbwegs hier unter dem letzten Hoch hier fest. Da ist noch nicht der Ausbruch nach oben erfolgt, aber immerhin haben wir das Ganze angesteuert. Das ändert natürlich nichts an der insgesamtigen Situation, dass der Markt eigentlich, wenn wir uns das angucken, immer noch in dieser Hauptwiderstandszone hier eben liegt. Also wir davon eigentlich ausgehen müssen, dass der Kurs eigentlich ab sofort oder aber in der Nähe dieses Bereiches auf Widerstand trifft. Und auch wenn man hier so ein bisschen diese typischen Verläufe, diese Fünffälligkeit, da kann man von halten, was man will. Aber wenn das tatsächlich einigermaßen sinnvoll hier ist, dass wir da wohl eher am Ende dieser Bewegung sind. Das muss nicht unbedingt das Aus für Gold sein. Das kann durchaus sein, dass wir anschließend weiter steigen. Aber zumindest vorläufig werden Rücksetzer eigentlich mehr natürlich. Ich war ursprünglich ja davon ausgegangen, dass wir hier so im Kleinen erst noch mal was bekommen. Gut, wenn er das nicht wahrnehmen will, zwingen kann man ihn nicht. Dann läuft er jetzt halt weiter. Aber ein Rücksetzer, der dann hier erfolgt in der nächsten größeren Ebene, der sollte mindestens mal bis hierhin gehen, bis auf die 4. Das wäre so ein Klassiker oder irgendwie 50 Prozent dieses Anstiegs. Also auf jeden Fall deutlich tiefer. Da sind die 1400 allemal noch mal drin. Das muss aber nicht gleich für Panik sorgen. Nicht unbedingt zumindest mal, es sei denn, man ist gerade auf dem höchsten Punkt eingestiegen. Sondern auch das bis zu diesen Rücksetzerniveaus wären ganz normale, ganz typische Korrekturlevels, die auch in einem Bullenmarkt ganz normal wären, typischerweise vorkommen und niemals zur Panik aufrufen lassen sollten. Sondern einfach, wo man sagt, okay, machen wir halt jetzt eine größere Pause und mehr Schwung geht es vielleicht dann ja wieder in die richtige Richtung. Aktuell sind aber noch Chancen da, wenn man mal hier im Kürzerfristigen auf Gold guckt, dass wir hier so ein bisschen Korrektur aufbauen. Vielleicht jetzt eine A, B, C hier runter. Das würde durchaus passen, denn wenn wir hier so ein bisschen mal rauszoomen. Bleiben wir ruhig im 4-Stunden-Charte, sieht man es vielleicht sogar noch besser. Dann hat das so ein bisschen was hier, waren wir so eine 5-Welle nach oben, dann ging es hier A, B, C runter. Jetzt sind wir hier, ich sage das mal, in der dritten Welle nach oben, sehr lang, das passt. Und jetzt kriegen wir vielleicht hier wieder irgendwie was Korrektives und dann haben wir eine Chance, eben nochmal nach oben zu kommen. Wir würden überschießen, wären aber wahrscheinlich immer noch irgendwo in dieser Widerstandszone, in diesem Mehrfachen. Wir sehen das hier an den verschiedenen Fibonacci-Extensions und Projektionslinien und so weiter. Also das würde alles noch so halbwegs hinhauen und damit möglicherweise sozusagen das Ende des aktuellen Bullenruns zumindest mal mit sich bringen. Das will ich nicht beschwören. Für uns kürzerfristige Trader bietet sich die Chance, dass wir hier nach dieser Korrektur nochmal einen Long mitnehmen können. Zumindest als Fortsetzung-Trade, um hier einfach die Richtung nochmal aufrechtzuerhalten. Wer ganz kurzfristig unterwegs ist, der kann natürlich hier drauf schielen und sagen, da geht doch bestimmt auch nochmal was. Ein bisschen auf der Short-Seite. Hängt aber natürlich von dieser Bewegung ab. Das wissen wir ja noch nicht, deshalb nochmal im Fragezeichen versehen. Man könnte dann aber sagen, letzte Zwischentief wäre ein Trigger, um nochmal hier die Korrektur zu machen. Und als Ziele dafür, wenn wir das hier nochmal so ein bisschen rausnehmen, wären, ganz vereinfacht jetzt mal gesprochen, einfach das mal zu gucken, wie weit waren die vorherigen. Dann sieht man, ah, okay, dann können wir nochmal gucken, okay, die vierten Wellen, die korrigieren gerne so ein bisschen kleinere Niveaus, 23,6. Wir sehen, hier sind zwei Linien perfekt beieinander. Also das, was wir hier oben mit dem Cluster haben, das gibt es hier bei Gold ebenfalls, in dem Fall für die Rücksetzer-Niveaus, als eine Idee, wo der Markt dann hinführen kann. Wer Interesse an sowas hat, der ist natürlich herzlich eingeladen, hier bei uns öfter mal mit reinzugucken. Wir bieten ja viele Möglichkeiten, einfach mal unten auf die Links klicken. Da gibt es Angebote, um sowas auch regelmäßig aufs Smartphone zu bekommen. Das ist überhaupt gar kein Ding. Allerdings, wer selber einfach nur drauf gucken will, das ist auf jeden Fall eine spannende Kiste, die in den nächsten Stunden nochmal auf uns zukommen kann. In diesem Sinne erstmal für heute alles Gute. Leider heute nicht von der Börse in Tokio. Ich bin ja in Deutschland dementsprechend jetzt heute ein ganz langweiliges Chart-Video. Vielleicht hat es dann doch den einen oder anderen was geholfen, hier mal so einen anderen Ansatz zu zeigen. Nächste Woche bin ich aber wieder da und dann natürlich wieder mit Nana-chan, der kleinen Assistentin, und mit Chimisu-san dann live von der Tokio Stock Exchange. Also das in der nächsten Woche. Morgen aber dann natürlich nochmal von deutschen Landen aus.